So, meine lieben Früchtchen da draußen, willkommen zurück. Ah ja, natürlich sicher. Fischchen, ich hab ne stinkende Magrele für dich. Äh, Kätzchen, ich hab ne stinkende Magrele. Okay, haben wir wieder eine Katze in unseren Helm eingetügelt. Zweite Katze. Ja, kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Hat das Spiel irgendwann nicht gespeichert? Wir haben noch schon öfters Katzen gerettet. Da drin leuchtet was. Ach, das ist der Dynamitautomat, alles klar. Ja, wie sieht denn jetzt die Albatross-Insel aus? Wir haben alles, bis auf eine einzige Figur. Ähm. Und ich weiß auch, wo die ist. Und zwar da oben auf dem Dach. Wie komm ich jetzt da hin? Dann haben wir die Insel nämlich hier komplett fertig. Und das ist sehr schön. Ich will darauf. Das muss doch irgendwie möglich sein. Okay. Wie, wie? So. Ich probier's mal so. Jawohl. Mein Gott, wenn ich den Alien-Man nicht hätte, dann wär ich echt aufgeschmissen. Äh. Ich bin trotzdem aufgeschmissen. Wie komm ich denn da rauf? Ah, okay. Da ist ein Teleporter. Den benutze ich gleich. Ich will nur mal kurz hier gucken, was das hier ist. Ach ja, ich erinnere mich. Das ist ja genau die Kletterpartie hier an der Seite. Das war der, 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 der längere Weg, den wir auf uns nehmen mussten, ganz am Anfang, um, äh, ins Gefängniswurz reinzukommen. Mhm. Ja. Okay. Okay, da kann ich jetzt nur hoffen, dass die Kamera jetzt hier nicht, äh, anfängt rumzuludern. Okay. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Oh, knapp. Kiste. Eingeschaltet. 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 Whirlpool Harry. Hö, hö, Harry. Okay, bin ich da echt drüber? Müssen wir eigentlich gar nicht. Ich mach's mal. Super, ich bin hier. Okay. Ich kann zu Recht sagen, die Arbatros-Insel ist fertig. Cool. Kann ich da? Ich kann... Wäh, hallo. Blöding. Die Navigation hier ist wirklich grauenhaft. Liegt aber auch daran, dass ich einen unglaublich langen Zeigefingernadel hab. Kann ich denn... Sieht man das? Der ist ein bisschen lang. Ein bisschen sehr lang ist der. Ah, okay. Sherry Tree Hills. Wo kriegen wir denn für die Flinte jetzt rote Farbe her? Oh mein Gott, bei der Brücke gibt's auch noch jede Menge Kram. Ist ja echt irre. ähm... Lego City Feuerwehr. Die Feuerwehr haben wir auch noch nicht fertig. Was ist das hier gewesen? Lego City Bank. Oh, ich hab Bock auf die Bank. Die Bank klingt gut. Ne? Ja, natürlich. Aufgabe Beginn, bla bla bla. Sehr gut. Okay. Schmutzige Arbeit. Ich mag die Goldbahn im Hintergrund. Wieder einmal diese peinliche Stille in den Ladezeiten. Aber was soll ich machen? Das dauert so ewig lang. Ja, guck mal. Kennen wir ja alles schon. Haben wir ja alles schon gesehen und erlebt. Zugenüge. Hey, Chase. Bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Dadadadadadadadadet. Ah, ich zieh dich nur auf. Ich hab die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja. Erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Okay. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Aha. Sehr gut. Wohin komme ich jetzt hingebielt? Okay. Äh, ja. Intergalaktische Heldin. Oh, das klingt gut. Die möchte ich haben. Äh, also ich meine, ich möchte sie spielen. Ich möchte sie nicht nur haben, ich möchte sie spielen. Hm. Hm. Wir müssen ja den Schlüssel hier mitnehmen. Nimm doch den Schlüssel, Junge. Ich möchte nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Okay. So, mach Aufschließung. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich nicht aus. Ach so, ja, klar, das ist ja hier das allererste Mal gewesen. Ah, cool hier drüben, genau. Da können wir gleich den Rax hier einsetzen. Vibe. Darum habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt. Mann, das ist ein Bär von einem Mann. Äh, hä? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich kann nicht. Rückwärts. Oh, scheiße. Hä? Wieso? Nein, holy moly. Oh. Genau das meine ich. Die Steuerung hier, die ist jetzt wieder ganz anders wie bei den Fahrzeugen. Oh. Ich schaffe es nicht. Ich hänge doch hier völlig fest. Ich komme hier nicht weg. Okay, nochmal. Okay. Mann, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht so easy, wie es aussieht. Wobei es sieht, glaube ich, gar nicht mehr so einfach aus. Komm schon. Ach, geschafft. Eine Polizeimarke. Und schon geht das Schiff. Das Schiff ist genauso fertig, wie ich. Muss ich noch irgendwas machen? Nein. Nein, das war's. Wir haben ja schon das Polizeistückchen bekommen. Äh. Äh. Ich hab doch gar keinen. Ich brauch erst grün. Wo krieg ich hier grün her? Oh. Diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. Quatsch. Brauche ich ihn her? Good night, Rex. Quatsch. Quatsch. Okay. So. Damit sind alle zu. Alle Vergasungsmethoden. Oh, grün. Ich brauch grün. Klatsch. Oh. Der ist weg. Ist der. Oh. Und schüss. Ah, okay. Jetzt habe ich Grün, alles klar. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich melde mich wieder. Wie jetzt? Ich bin jetzt hier entlang gekrabbelt für nichts. Oh, das ist nicht schwach. Oh Gott. Oh, nein! Ah, verflucht. Hüpf raus. Okay, ich brauche den Alien an. Warum kann er nichts? So. Okay. Alles klar. Ich möchte mal probieren. Man könnte es sich auch echt mit dem Alienmann voll einfach machen. und einfach da so die ganze Zeit hochspringen und dann muss man den ganzen Weg außenrum nicht machen. Ich finde das Jetpack voll geil. Wahnsinn, wie diese Stadt funktionieren kann. Hier ist ja überall die Elektronik im Arsch. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sich aus der Blummelmine bergen. Die sind zwar aufwertvoll, aber kein Vergleich. Wow. So, komm her, Digga. Und weg. Tschüss. Was ist hier mit? Du hast die falsche Farbe benutzt. Ja, welche Farbe brauche ich denn bei dem Vogel? Oh Gott. Ist es so ein... Oh, das ist so eine wilde Schlauchmatte. Wer versucht denn da eine Luftmatratze runter zu spülen? Uh, na gut. Ähm, muss man den Feuerwehr machen? Kann ich nochmal zurück? Nein. Dann hätte ich... Äh, wieder das Standard-Lila. Weil ich weiß nicht, welche Farbe ich da brauche. Was ist eigentlich, was das dann für ein Vogel sein soll? Das ist echt ätzend. Ah, ja gut. Ich mach die gewöhne Schlauchmatte hier. Nein, nein, nein. Und ja, genau, das Ding funktioniert jetzt. Wie fahr ich vorwärts? Alles klar. Äh, nein. Wie wär's mit rückwärts? Alle Daumen lang. Irgendwas anderes. Bin ich da rein? Ich will da rein. Oh, ich bin tot. Das gefällt mir aber gar nicht. Jawoll, ist, wie geht das? Gutland. Mann, was sind denn das für Fahrzeugnamen? So einen Käse hab ich ja noch nie gehört. Ach, okay. Jetzt verstehe ich. Da ist irgendwas. Halt und geh da drauf. Da ist irgendwas in dem Zeug da unten. Ich kann nicht. Der lenkt nicht. Ich kann nur entweder lenken oder schwimmen. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Hier ist auch wieder so ein Vogel. Welche Farbe brauche ich für die Vögel? Und spring doch ab. Ich brauche irgendeine Farbe für die komischen Piepnetzeln. Das ist ein gelber Haarwechsler, kein roter. Gelb. Okay. Oh nein. Dann komme ich jetzt wieder zurück. Ich würde alles gelb geschossen. Sehr gut. Okay, drei von vier. Da fehlt noch irgendwo einer. Irgendwann muss ich noch ein Vogel sein. Okay. Ich hoffe, ich komme da rauf. Alles klar. Oh man, ich habe echt so viel schon wieder vergessen. Das ist grün. Da brauche ich rot. Ich habe jetzt aber gerade gelb geladen. Ich habe noch irgendwo einen Vogel. Ich komme hier nirgendwo vorbei. Okay. Okay. Ah ja, genau. Hier. Pharma-Fran. einmal Giesung. Da drüben bräuchte Dynamit. Da braucht man Dynamit. Da ist das Dynamit, äh, ja. Danke. Booth. Da ist nix. Okay, ist rot. Aber Moment mal, ich brauche den letzten Vogel. Jetzt habe ich das Ding gelb gemacht. Ich will erst noch eigentlich den letzten Vogel finden. Ich sehe den letzten Vogel nicht, aber ich hole trotzdem jetzt wieder die gelbe Farbe. Irgendwo muss der ja sein. Ich gucke auch die ganze Zeit, ob da nicht irgendwo zwischen den Rohren oder so irgendeiner sich versteckt. Ah, ja, genau da ist er. So mag ich das. Piepen jetzt mich hin. Boom! Jawohl! Oh, cool. Danke, danke, danke. So, es fehlt jetzt noch. Eine Figur, ein Auto, alles klar. Okay. Okay. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Das war doch jetzt der Raketentruck. Ach, es war eine große Schade. Was ist passiert? Der Hammer... Der Raketentruck, der war richtig cool. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Ich glaube, der Traum eines jeden LKW-Fahrers. Einmal mit so einem fetten Raketenantrieb hinten dran. Durch den Stadtverkehr. Puh. Aha, hier ist das Dynamit. Bitte mitnehmen. Klatsch. Okay. Hab ich jetzt echt alles gemacht? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Sieht aber nicht so aus. Nö. Ich glaube, das war's. Wow. Komm mal, war eine Menge Kram raus. Da, 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 da. Oh, Alter, hab ich schon echt Baul. Scheiße. Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge über Silber. Ah, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Goldbahn. Hm. Hm. Weiße Farbe. Hm. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen. Kapisch? Ja. Das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut. Füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Oh, seht ihr da die ganz Goldbahn? Ah. Meine Güte. Hm. Da drin war der Smaragd nicht. Boah. Äh, weiße Farbe, genau. Da drin auch nicht. Autsch. Äh. Geht das so? Ja. Genau so. Ach, Leute. Man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand in den Smaragd holt. Ach, Leute. Aufgemacht. Geht das hier kaputt machen oder so? Ach, ich verstehe. Ah. Wo hab ich ihn hier? Klatsch. Und schon wieder Farbe tauschen. Meine Güte. Ich wünschte wirklich, ich hätte diese irgendwie so einen Powerstein oder so. Ich hoffe, dass es den gibt, wo man einfach alle Farben in der Knarre drin hat und irgendwie frei so durchwechseln kann. Das wäre schön. Okay, da brauche ich grün. Der nächste Farbbauer. Farbwechsler. Das ging schnell. Äh, ja genau, hier. Nochmal eins. Bitte drehen. Nochmal zwei. Und Nummer drei. Wundervoll. Mir fehlt immer noch eine Figur. Ich bin noch nicht zufrieden. Mir fehlt hier noch eine Figur. Ich sehe auch keine. Was ist das eigentlich? Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist. Du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Also, das entbehrt ja jeder Würde. Okay, das war's für ihn. Okay, das war's für ihn. Mann, verdammt. Okay, bei diesen Deckenventilatoren hier, es scheint auch nichts zu sein. Aber mir fehlt noch eine Figur und das ist doch jetzt Ende, oder? Ach nein, wir sind hier noch. Ich hab gedacht, wir wären schon am Ende. Zack. Und Bäm. Ähm. Ähm. Kopf. Lass mal die ganzen Gemälde runterrupfen. Hm, eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Okay. Ah, das ist so... Das zaubert mir ein zufriedenes Lächeln in mein Gesicht. Das ist so schön, so. Die ganzen Steine, so. Alle mit dem Presslufthammer wegwämsen. Eieiei, das war doch wieder irgend so ein Rätsel. Äh, rot. Da muss ein X hin. Genau. Ach ja, hier genau. Komm, mach mal. Der Presslufthammer hat's drauf. Okay, Bäm. Ah, da liegt was. Was ist das denn? Hab ich genug Steine für den Superbau habe? Hm, könnte hinkommen. Oh. So, noch einer kaputt machen. Bitte, 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 bitte. Ähm. Ah, das kann ich nicht kaputt machen. Okay. Gelb, blau, grün, rot. Gelb, blau, grün, rot. Okay, da ist ein Teleporter. So, wo komm ich jetzt hin? Das sieht hier wirklich neu aus. Ich glaub, hier oben waren wir noch nicht. Okay. Da drin ist die Figur. Ich bitte rein. Den Bild sieht die Statue um einiges farbenfroher aus. Was? Welche Farbe brauche ich denn da? Grün? Äh, ich hab grün einstecken. Ich hab die falsche Farbe benutzt. Na, super. Ähm. Woher krieg ich jetzt die richtige Farbe? Äh, ach so, das ist noch gar nicht repariert. Okay. Dann probier ich halt blau. Piu. Möchte ich das andere auch blau machen? Moment mal, nach dem Bild muss ich gehen. Da ist das untere Ding blau. Und der Stuhl ist braun. Ich glaub, die machen wahrscheinlich rot, oder? Weil braun hatten wir bisher noch gar nicht. Bäm, kaputt machen. Kaputt machen. Kaputt machen. Und hier aufmachen, bitte. Das ist alles. Wie komm ich da rein? Haha, hier hab ich blau gemacht. Ähm. Okay, ich glaube wirklich, die gehen wirklich jetzt hier von diesem Eint-Gemälde aus. Und das ist, was ich sehen kann, ist das eigentlich braun, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich rot sein. Aber rot haben wir hier nicht. Was haben wir denn da drin? Was hab ich denn jetzt für ne Farbe drin? Ah, braun. Sag ich doch, es ist braun. Ich wusste gar nicht, dass es auch braune Farbe gibt. Oh ja, hier, hier, letzte Figur, Bankmanager. Jawoll. Und was mit Tierfeind ist drin? Was ist das? Ein Zauberstab. Okay, der kommt bestimmt unten hin. Das hab ich nämlich schon gesehen. Was da unten nämlich, ähm... Soll ich da rüberbalancieren? Blö. Bock. Genau, hier ist nämlich noch so ein Teil. Klatsch! Ähm. Ich brauche hierfür, glaube ich, noch ein Mamee. Und hierfür brauche ich noch einen Schlüssel. Ach ja, natürlich hier. Äh, blau hat drei und sieben. Grün sieben, blau drei. Grün sieben. Und blau drei. Alles klar, hier ist der Schlüssel. Dann macht das alles auch schon wieder Sinn. Erst mal alles. Blinde Zerstörung, so gut sage ich nur. Du bist aber, was hat hier drümen? Untertitelung. Schöpfen. Du kannst jetzt nicht mehr schädchen. Also, ich bin jetzt mit klatscht. Ja, ich bin jetzt hier weil das nicht gut. Aber ich bin jetzt. Ich bin jetzt mal hin. Jetzt bin ich hier. Ich bin dann einmal ein bisschen. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt brauche ich mich. Genau. Ich bin jetzt hier alles autonomous. Ist ja nicht zu fassen. Okay. Ganova. Bitte Tresor aufmachen. Ach so. Stimmt. Ja, eigentlich ist das jetzt Banane, was ich mache. Weil wir brauchen jetzt eigentlich nur für den Zugebau hier die ganzen Steine. Und die haben wir ja schon längst. Genau. Den Relocator. Oh Mann, ey, den muss ich unbedingt kaufen. Den will ich umfahren. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Das sieht eher ganz anders aus. Okay, damit haben wir die Mission auch erledigt. Polizeimarke, Paul. Was? Wo ist die letzte Polizeimarke geblieben? Wir haben doch alles gemacht. Habe ich irgendwas übersehen oder vergessen? Nein. Wir haben diese Vögel eingefärbt. Wir haben Ach, verdammt. Naja. Ich mache mir Gedanken, werde mir in der während ich das Video dann schneide und mir angucke nochmal, werde ich dann feststellen, was ich übersehen habe. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge oder in deinem anderen Let's Play. Ich verabschiede mich und ja, tschüss. Och nein, nicht schon wieder. Ja, tschüss. Vielen Dank.